und jetzt bekommt er zuletzt mit der Ausdauer mit der Aufenthalte die los kommen droht Nr Nr Kassel ich weiß überhaupt nicht mehr welche machen sollte heute achten heute 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 das macht die Wettmühle und wie er sich aus dem ersten Block daraus kann man ja gar nichts machen nicht du musst es auch aufwunden Teilbuchstätten ersetzen Wind Windturbine okay und Sail und Iron Slap Strip Iron Slap Strip oder von euch mehr Eisen 3, 2, 1 hast du schon eine begrüßung gemacht? ja echt? ja du hast auch nicht gesagt dass nach dem Intro weitergeht doch hab ich auch echt? hab ich gar nicht mitgekriegt du bist voll leise ja manchmal bin ich zu leise manchmal bin ich zu übersteuert natürlich und Sail Faden einen Faden ich brauch mehr Faden werden und Sail aber aber warum passt nix bei Holz stimmt gar nicht 6 Holz und so und so und jetzt haben wir noch Canvas ähm ja zwei Camps haben wir noch ich glaub ich jag gleich mal Julians Haus in die Luft dankeschön das meins? ich hab keine Ahnung ob das meins ist ich lass sie erstmal drin ich lass sie erstmal drin so scheiß halter Julian du bist grad voll laut ich verarschen ich verarschen ich verarschen ich verarschen wir brauchen 6 mal 36 36 das heißt noch 34 boah du kannst recht lang du kannst rechnen du kannst rechnen dein Haus in die Luft das geht so gut wie gar keine Energie ich jag jetzt dein Haus in die Luft machst du eh nicht guck mal Julian was denn? wo bist du denn? was ich in der Hand hab? ich weiß überhaupt nicht du hast ein TNT in der Hand ja du hast ein TNT in der Hand ja und ich hab ein paar TNT im Inventar ja und ich muss jetzt kurz zu meinem Haus gehen und mein Feld erwehren fehlt 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 alter fick dich Lennart ich kann doch nicht so aufnehmen so was willst du? alter wie das leckt musste das jetzt wirklich sein Lennart alter was? ich war doch die ganze Zeit bei dir du hast doch voll die ganzen Scrapboxen geöffnet das hab ich mitbekommen warum liegen hier so viele Scrapboxen rum? boah alter es ist echt nicht mehr richtig wirklich hier aufzunehmen wie viel FPS hast du? äh 10 so viele noch? dafür hab ich 800 mal geklickt jetzt hab ich 20 jetzt hab ich 15 jetzt hab ich 15 jetzt geh ich mal zu den Massen von Zeug jetzt hab ich immer noch 15 na es geht ja doch ne was löder ist ein da ist ein verzaubertes buch bei ich weiß disjunction 3 achso da hab ich dir erst geklickt ey kann man eigentlich auch Scrapboxen Scrapboxen kriegen nein es wäre voll lustig wenn es so eine richtig kleine Wahrscheinlichkeit gäbe nope ich kann ja glaube ich 43 Items oder so draus kriegen so so alter wie viele Pferden braucht man denn da? Pferden kann man leider nicht so viel mit herstellen oder David? ne schade kann aber einen Teil machen was machst du so? also man kann Wolle machen ne? na man kann äh was aus Wolle kann man äh die machen ok was machen 29 ich brauche noch 7 7 mal 18 56 Fäden brauche ich einfach das da gemacht hallo so ich brauche 54 Fäden äh 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 kommt nur ein Faden raus beim Maceurator äh 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 ich dachte da kommt viel raus das ist ja doof oh lol guck mal Julia ah ne mit der Wool Card kommt da mehr raus die geht aber richtig schnell kaputt ja dann mach ich das doch nicht Blackwack okay alter die hab ich ihr grade gegeben ach so da lag so viel rum liegt auf dem Tisch was bringt das? wie hast du die gemacht? wie hast du die gemacht? voll geil alter weiß was ich wetten könnte das probier ich jetzt aus got it so wie wärs denn wenn ich jetzt mal kurz so hier damit und dann noch hier hab ich ja noch was äh ja oh hier sind noch zwei Canvas drin uh das bereue ich auch noch so 29 Canvas hab jetzt aber so was ist denn wenn ich da jetzt was zu machen oh ich dachte man kann mit einem Blattspieler die irgendwie so was drauf machen ich siehste Julian brauchst du was Lava? ne grad nicht ob ich brauch grad ein bisschen äh fäden Julian braucht Fäden ja ja auch ich dann guck mal warte kurz ich brauche mehr Fäden ich brauche mehr Fäden Julian ist ne Spinne ne ja ich brauche Spinnen Julian weiß noch gestern mit der Kartoffeln hehehe ja das war schon geil unnötig und geil 12 Fäden ja 24 Fäden komm muss reichen so bringt das ne erstmal kein Level boah oh nein ich ahne was Lea hat gerade macht willst du mein Haus weiter zu Lennart? normal oh was willst du damit erreichen Lennart? dass du mir die Atomkraftwerke sachen gibst ich dachte sie wollte du hast eben noch gesagt du würdest ich ja ich möchte nicht den Deal machen aber ich möchte die Sachen haben für euch ist das doch nur Vorteil der Deal nein wenn wir dich damit nicht attackieren ja eben warum wollt ihr mich nicht attackieren? ja falls du wieder irgendwie scheiße machst na gut dann werde ich euch das Atomkraftwerkzeug auch nicht wiedergeben der Punkt sagt ja schon dass du scheiße machst ne ich werde es euch nicht wiedergeben weil ihr mich sonst damit bedroht ne macht Sinn warum solltet ihr das machen? beste Frage heute bisher ich finde Davids Haus ist viel cooler das ist zwar kleiner aber das gemütlicher du meinst es ist ein Keller da drum? ja das war cool alter fick dich alter ich hatte keine Rüstung an du wigs habe ich nicht gesehen entschuldigung woher hast du die ja da wird die hast du die selbst gecraftet? ja die gehen doch voll einfach habe ich noch gar nicht gesehen wie die gehen wer ist die nochmal? also warte ich habe eine bessere Idee ich will auch welche davon haben ich will ein richtig kleines Laufband in der Wildnis machen warum? das ist Glas und dauernd weg aber das ist ja richtig einfach hier Lars? ich habe dir vorhin was genommen aber da war auch nicht mehr viel da ich habe 512 Glas gemacht ne der letzte 2 da waren nur 40 drin 512 gemacht er war nur 40 drin er hat aufhören ich habe kein braves Lennart Sticks und Holz brauche ich ah weg hier ok ach so ich glaube ich brauch noch ein bisschen mehr Holz Julian guck mal was ich bauen möchte was denn? komm mal alter das ist eigentlich richtig die geile Idee aber das ist eigentlich richtig unnötig nein das ist minimale Bewegung minimale Bewegung ist immer gut komm mal einfach her das ist so geil das ist eigentlich richtig die geile Idee ah ich möchte dir nicht sagen aber was ist wenn man von der Tour raus kommt ja sieht man gerade bei Lennart wie schwer das dann ist ist doch egal aber damit kann man voll geil trollen und einen irgendwo hinschicken ich hab gerade was richtig geiles ja total geil wo hab ich das hingetan nein du bist von der harte kies-junge ich weiß kieselstein warum kriegst du die ganze zeit schaden weiß ich nicht gar keine ahnung vielleicht weil david das irgendwas macht wenn ich mit dem holzschwert schlägt lass mich mal raus du kommst da nicht raus ja ich bin doch schon weg scheiße ja nein doch draußen ist gut wirst du kurz was ausprobieren warte kurz das geht immer noch nicht ich habe mit tobianne david ich habe eine windtürme ja ich habe sind ich habe eine windtürme und geht auch dieses windding ob ich weiß nicht wie man das was ist dann bist du denn ich bin jetzt gerade hier bei unserem projekt tisch Prozent das soll im Haus der Kumpel auf die doch einig gemacht Janinei das Binnen Prozent wurden mit dem gegeben und der Witz und mit Turbine gemacht die Anni kommt da dran ich weiß aber wie aber wie macht man das muss die Platz in den Rechtskläden verzieht man die denn um er war es drin muss ich hierbei und erzieht man da und wo an Kabel setzen das ist ein Kabel setzen Julian Julian Kuba er kommt ab in unser Haus an David A ich kann nicht löschen die Idee ich versuche die ganze Zeit zu löschen das war er war ein Glasfaserkabel so geht es anscheinend nicht was ist er ausprobiert an einem Kupferkabel oder an Westfunkkabel ich will ich will jetzt was richtig geiles machen ich will kurz rubberkabel das ist eigentlich andere Waffen jetzt noch außer die normalen also eine die richtig viel Schaden macht ja halt unsere Gun wir haben mehr Kuchen als Eisen ok ist eigentlich richtig krass alter wir haben Zeit so wie geht das denn mit dem dran platzieren warum Alter hier wird einfach hier ist kein minimal minimal ich weiß was gib mir die mal gib mir die mal welche die oder die Kabel ja dann hier und da noch die beiden Teile irgendwie dumm warum du brauchst ein Gerät dafür was für ein Gerät du meinst die Windmelder ja ja nee nee ich weiß das ist was anderes das braucht die Windmelder und sowas nicht das ist was anderes hier doch ja das braucht die nicht aber du kannst damit erweitern ach so das wusste ich nicht ok oh was hat er jetzt schon wieder gemacht was macht er denn was macht er oh nee wetten der ordnete nein ich komme hier nicht weg um zu gucken was Lenard macht Lenard den Weg ah nein nein die scheiß Türen alter ich komme hier nicht mehr weg nein ja nein ja oder der was hast du geordert kleiner Lappen da ist so gut da kommt doch gar nichts mehr oh scheiße ja ich geh jetzt aber weg hehehe nein was denn jetzt kann ich selbst pekern äh 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 ey alter was denn du hast mich einmal mit der Spitzhacke geschlagen und ich dich einmal ja ich habe aber keine Rüstung an keine voll ja trotzdem habe ich dich nur mit meiner Spitzhacke geschlagen ah nicht chat öffnen nein ich hasse diese Laufbänder nein komm schon ach h Hilfe nein nein komm schon nein 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 alter fick dich hau ab hau ab st die Hilder mit einem Lager Prozent ich bin gefangen auf dem Laufbett das passt wieder was einfach nur Prozent Wopto Sto er hat sich gemacht du liebst das ist es aber die Sterne Antwort von David ich weiß alle waren das zwei witz waschau er die stürmer die 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 wie nimmst du hier so viel Redstone weiter, zeig ich dir guck mal weil ich gerade mal im System selber Redstone brauche David David guck mal was ich gerade gecraftet habe für ich habe gerade 16 Sticks Cover in Welt kraft ist nur ein Jahr wir gucken mal hier sind Maschine wie die da hinten die keiner braucht Prozent nun auch keiner okay da hätte ich bin schon wieder dieses Laufbänden angefangen zum okay aber jetzt jetzt kraft ich kurz hier die deswegen war ich noch mehr okay nein 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 weg hier weg hier nein okay nein nein item ich hab voll die idee ich hab voll die idee was mache ich jetzt auch ich mache jetzt die kartstrecke ich wollte gerade was mit einem kart machen ich mache gerade ein besonderes kart das ist ja machen das war die kartstrecke machen mit laufbändern was für die beschädigt ich mache wir machen wir machen wir spielen so ein wort der hin und dann wird automatisch sofort fährt man dann los guck mal julian kann man die dinger hier vielleicht mit redstone betätigen dass die einen ausgehen und es geht nicht drauf scheiße das ist das was ist das das ist die hand was ist das ein mechanical pick mechanical pick oh da kann man ein wettrennen gegen ein schwein fahren nein da bist du fährst du in einem schwein also okay schade schade aber ich will unbedingt hier so ein wertrennen machen lol es gibt eine andere art von dynamit das ist ja voll crazy ich glaube ich muss mal ganz kurz deine energie abzapfen aber nur ganz kurz nein doch wirklich nur ganz kurz warte nein doch warte ich muss die nur ganz kurz umlegen weil sonst keine dörme hin kann warte kurz warte noch zwei kabel schnee glasfaser kabel zwei stück da so war es wieder mal ja alles wieder gut da wird nix passiert zweitens ein bisschen scheiße aus aber ist das ja nicht schlimm ich mach grad was richtig unnützes okay was machst du denn eine richtig schwache rüstung die aber witzig ist ich brauche wie ich aussehe jetzt bin ich so langsam Hilfe die ist ja richtig richtig geil aus die sie scheiße aus bei mir sieht die richtig geil aus die hat erstmal gar nix drauf sie wirklich geil aus vom aussehen her ist die awesome bei den schonen die schlecht so 23 ich kann so gut zählen ich sage mal 23 und noch vier wofür soll ich die bahnstrecke machen keine Ahnung ich bin auch grad erstmal egal ich muss mir grad was nachgucken mit meinen geilen das nicht es hat keinen rüstungswert gerade das ist meine geile Rüstung wochen mache ich denn die bahnstrecke und warum ist hier bei alter richtig viel TNT bei da bei äh bei damals bei äh christians äh hausgemacht ok und warum droppt das nicht beim abbauen oder lag das selber gerade ja selber leckt grad ultra hart the fuck alter wie ist selber gerade leckt kannst du überall reingucken aber nichts abbauen es droppt nix ich kann überall reingucken und alles alles abbauen droppt das denn auch beim abbauen ja das tt ist jetzt weg aber wer da ist ja gerade das beschädigt weggeworfen egal so wohin mache ich denn die schöne bahnstrecke kann man die dinger auf wasser legen das wäre voll geil die dinger hingetan schade die werden von wasser zerstört aber ich mache eine brücke drüber eine brücke übers wasser hallo Herr Skelett ich werde gewinnen ein schuss ist tot oh du bist auch mal OP willst du den exo anzug mal haben exo anzug exo exo ja gleich wort du bist so alter aber es hätte mit deinem haus gemacht ja er hat mit dem teil seines hauses ja dein zimmer ist voll zerstört was ach man ist doch nicht lustig oder wo denn das dach er hat er hat er hat von oder zum 1 2 zimmer eine Wohnung ja ich möchte die Rüstung mal in eröffnet als er das sollten der Scheiß schmeißt die die Mainz Kinderzimmer in den in die Glasbox ja okay ich will spielen ja es ist ein Schlafanzug ab jetzt ich habe ein Tod ja leider kann man im Bettchen im Kinderbett nicht schlafen äh im Bettchen im Kinderzimmer nicht schlafen ich muss ein Bett einsetzen schnell normales Bett rein ja aber dann sieht es nicht mehr so gut aus doch jetzt kommt es ins Erwachsenen schlaft zwei jahren Bett sich mal das Doppelbett gut größere ins Kinderzimmer nee doch ich habe mir ein eigenes Haus gebaut und darf doch wohl jetzt älter Schlacht zu machen nein oh da ist meine Rüstung in der Woche ach so die Exo aber eben hat sie nicht die Exo an oder doch oder anziehen sich die voll anders aus als so wie die ne als item aussieht hm hm Alter habe ich viel Rüstung ey ja so würde ich ein Schlafanzug hm warum kann es hier nicht drin gespeichert bleiben weil ich kann in die Kiste rein will ich hier in die Kiste rein ja oder so hoch genug für die Kiste doch ich glaube es ist hoch genug für die Kiste zieh dir mal an ich will ein bisschen nicht damit aus hier warte ganz ganz kurz äh ich brauche kurz wie du damit aussiehst ja warte ich brauche nur kurz kurz ne Kiste ich will nämlich in meinen Schrank jetzt ne Kiste reintun und da kommt er die Rüstung rein hm warum geht das nicht das ist hier oben etwa eins höher so was warum geht das nicht auf weil da was drüber ist ja weil es doch kein ganzer Block das ist zählt als ganzer Block das geht das doch auch das zählt aber als ganzer Block dann geht's nicht warte kann ich auch wieder eins runter setzen nein ganz einfach gib nachher ah ich glaube ich weiß was du machst ne nein ach ne ne was mach ich denn ich glaub du sollst jetzt hier unten hin und setzt eine Kiste drauf da kann man die öffnen das geht nicht das geht nicht und das nicht wenn sie die Welt für Wichter zu dumm und ist n das wird noch mal geben du es zu genommen oh ne warte dann mach ich das so ja das wollte ich grad auf so jetzt geht die auf oh exo weiss so ach das stimmt geht ich bin ich bin du ich bin ich bin du so also man kann sogar die helme und sowas zu tauschen wenn man das in unten der leiste hat ja ist das alter voll geil zieh mal ganz an ja warte das sieht voll komisch aus ja ich weiß ich will jetzt schlafen gehen alter ich schieße die ganze Zeit knapp an dir vorbei alter geht doch nicht lange sitzt wirklich nicht auch ich dachte es sind schon ganz an sorry der Verscheidung nicht es soll nicht jetzt auch so um so wenigstens die Kürze hoch ich kann nicht ich brauche Blöcke Komska-Anlage der Blöcke du bist aus ja wie soll ich doch kommen das geht doch durch die tür ich muss jetzt die treppe nehmen ins haus ich muss die treppe nehmen und geht davon haus aus muss die treppe nehmen ich nehme jetzt auch schon die treppe nicht dass du ihn doch oder schon noch muss jetzt die treppe nehmen ich ziehe ich gar nicht die ist doch außen ganz draußen aber ich sehe dich nicht lenken können weil ich bin hier in der Nähe und hier fehlen auch teile der treppe ne ich bin doch jetzt erst was ach komm wer lehrt mich denn ach du nein alter nein das skelept ist op aaaaaaaaaaaaaaah sag nicht dass du erschossen wirst ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben da ist noch ein zombie weg du scheißes verteil ich will dich gar nicht und einen creeper mann und noch ein creeper mann bist du neiiiiiiiinnn eine schlucht wo warst du ich wusste erst mal schon ganz unten nach elf die bunte treppe wie soll ich das machen ich bin ja ich muss ja ich bin im haus ich bin in unserem großen holzhaus ja warum nimmst du nicht da die türen wohin zu berufe zu 11 ist doch nur eine tür dafür müsste ich da hochgehen das geht aber nicht das ist das problem jetzt 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 schaffe ich zur treppe ich kann jetzt die treppe hoch und da sind kripper mitten auf dem weg das nicht gut das ist ja genau so doch wieso ist das solarpanel zugebaut welches das mv äh warum ist das zugebaut kleinart ist es nicht von mfc wonders oder panel ja ist klar jetzt habe ich keine energie mehr ist nicht meine schuld super ich habe nicht sicher eine schuld heute hat wirklich scheiße gemacht das erste mal seit lange dass ich wieder was produktives machen ich sehe dich an der decke kleben ich habe black und ich bin da ja kommt schon wo ist mein scheiß brustpanzer zu einem brustpanzer aufgesammelt wo ist mein brustpanzer wo ist mein brustpanzer keine ahnung ist gut gut wo ist mein brustpanzer was denn wo ist mein brustpanzer was machst du wo ist mein brustpanzer die hatte ich nur übrig sorry wo ist mein fucking brustpanzer keine ahnung hier drin hat ich hier drin nein hier drin auch nicht gut das war es aber für diese folge jetzt wird er geleitet zusammen mit dem werfen weil er hat noch dabei ja oder und wenn ich die folge feindert würde er eine positive werte lass mir nicht ein negativ sagt warum und tschüss